Hamburg Aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo zusammen, heute ist Mittwoch, der 20. September. Ich bin Karl Schreiber und vertrete heute Clemens Benkel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bei uns seid ihr in Sachen Stadtnachrichten auf der sicheren Seite. In unserem Podcast bekommt ihr eure Hamburg-Infos von Montag bis Freitag zuverlässig ab 17 Uhr. Ende nächster Woche findet zum 17. Mal das Comic-Festival hier bei uns in Hamburg statt. Dort gibt es eine Vielzahl an Ausstellungen, Workshops und Lesungen. Dazu spreche ich mit Mia Oberländer und Heiner Fischer. Auch geführte Spaziergänge werden angeboten, sagt Heiner Fischer, einer der Gründungsmitglieder des Comic-Festivals. Von St. Pauli aus bis zum Gängeviertel irgendwie und dann kann man sich möglichst viel angucken. Es gibt ja auch kleinere Ausstellungen, die nur in Schaufenstern hängen, wo man gar nicht in eine Galerie dafür muss. Aber dann kann man so, wenn man gar nicht genau weiß, wo laufe ich jetzt lang, was möchte ich machen, dann kann man diese Spaziergänge mitmachen. Das komplette Gespräch mit Mia Oberländer und Heiner Fischer zum diesjährigen Comic-Festival hören wir gleich. Jetzt kommt erstmal der Hamburg-Nachrichtenüberblick von Finn Riebesell aus der Stadtnachrichtenredaktion. Nach der Vorstellung der U5-Finanzierung kritisiert der Bund der Steuerzahler den Hamburger Senat. Es wird vermutet, dass die Kosten, die jetzt auf bis zu 16,5 Milliarden Euro geschätzt wurden, nicht eingehalten werden können. Der Senat hofft darauf, dass der Bund 70 bis 75 Prozent der Kosten übernimmt. Den Rest übernimmt die Stadt. Dazu sagte uns Sascha Mummhoff vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, das ist furchtbar. Also das ist einfach, einfach furchtbar. Also, dass sich der Hamburger Bürgermeister hinstellt und das trennt, das lässt sich vielleicht gut nachvollziehen, weil er hat vielleicht auch nur die Hamburger Kosten im Blick. Aber für den Steuerzahler ist das eins. Ob das vom Bund oder aus der Stadt Hamburg kommt, das ist einfach Steuergeld. Und unser Appell ist da einfach, bitte nicht verschwenden. Der umstrittene Neubau der ICE-Strecke Hamburg-Hannover steht offenbar vor dem Aus. Wie die FAZ berichtet, hat sich der Bund mit dem Land Niedersachsen und der Deutschen Bahn darauf geeinigt, stattdessen die bestehende Strecke über Lüneburg auszubauen. Gegen die Schnellbahntrasse regt sich seit Jahren Widerstand, vor allem unter betroffenen Anwohnern. Sie helfen normalerweise Menschen in Not. Jetzt braucht die Tafel in Hamburg Selbsthilfe. Die Lager sind leer, die Reserven aufgebraucht und neue Lebensmittelspenden nicht in Sicht. Das sagt Tafelvorstand Julia Bauer. Immer Kasten hat die Details. Supermärkte, Discounter, Bäckereien und vor allem die Lebensmittelhersteller haben ihre Produktion und Bestellung im Laufe der vergangenen zwei Jahre so gut angepasst und zurückgefahren, dass es fast keine Überproduktion gibt oder Lebensmittel übrig bleiben, so Bauer weiter. Deshalb startet die Tafel am kommenden Samstag eine Lebensmittelspendenaktion in insgesamt fünf Einkaufszentren in Hamburg. Ganz besonders gebraucht wird Haltbares wie Nudeln, Reis, Haarmilch und Konserven. Wer spenden will, kann das in der Europapassage im Alstertal-Einkaufszentrum Poppenbüttel, im Elbe-Einkaufszentrum, im Phoenix Center und im Billstedt Center. Die sogenannte Königin der Meere, die Queen Mary II, ist zurück in Hamburg. Der Kreuzfahrt-Riese hat heute Mittag am Cruise Center in Steinwerder festgemacht. Das Schiff gilt übrigens als Lieblingsschiff der Hamburger. Das steht zumindest auf der Website der Stadt. Zahlreiche Schaulustige waren heute beim Festmachen vor Ort. Diese und andere Meldungen des Tages hört ihr jede Stunde immer um halb in Hamburg aktuell. Tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Ende nächster Woche findet das 17. Comic-Festival hier bei uns in Hamburg statt. Und dazu spreche ich heute mit Mia Oberländer. Moin Mia. Hi. Sie ist eine der Programmkuratorinnen und mit Heiner Fischer, einem der Gründungsmitglieder. Moin Heiner. Hallo, moin. Ich habe ja schon gesagt, Ende nächster Woche vom 28.09. bis zum 1.10. findet das 17. Comic-Festival statt. Jetzt schon zum 17. Mal. Das spricht ja für den Erfolg. Wie kam es denn damals dazu, dieses Comic-Festival ins Leben zu rufen? Das war 2006 und wir hatten so ein, wie sagt man, es gab nichts Vergleichbares in Hamburg. Es gab vorher immer mal so verschiedene Festival-Versuche oder welche, die auch ein, zwei, drei Jahre gingen. Und dann gab es gar nichts mehr. Und dann haben wir uns damals in einer kleineren Gruppe, als wir heute inzwischen sind, überlegt, dass wir was machen müssen. Comic-Hauptstadt Hamburg hieß es zu der Zeit irgendwie. Also für Deutschland natürlich, nicht weltweit. Und wir müssen noch irgendwie ein Festival auf die Beine stellen können. Und dann haben wir ganz klein angefangen. Das war erst nur so eine kleine Messe und eine Gruppenausstellung, wo jeder was zu beitragen konnte. Und dann wurde das immer größer. Geht es da vor allem um deutsche Comics oder auch um europäische oder sogar internationale Comics? Was steht da bei euch im Vordergrund? Im Vordergrund kann man eigentlich sagen, sind Independent Comics, Graphic Novels, wie die ja auch hauptsächlich heutzutage genannt werden. Aber wir sind total international. Also wir haben viele Gäste schon von der ganzen Welt. Eigentlich würde ich fast sagen, außer aus dem asiatischen Bereich. Müssen wir da nochmal ran? Mia? Das haben wir schon mal versucht vor zwei Jahren. Irgendwie scheitert das. Dann wollten wir so ein Kollektiv aus China einladen. Nee, aber doch schon sehr weltweit. Also es geht auf jeden Fall einerseits eben darum, tolle deutschsprachige Comics zu zeigen. Aber eben auch, was international so passiert. Und vor allem auch um Nachwuchsförderung jetzt aus Hamburg und Umgebung. Was aber schon so ist, ist, dass die meisten Comics oder Graphic Novels, die wir zeigen, in deutscher Sprache vorliegen. Oder zumindest in irgendeiner Sprache, also in Englisch, sonst alternativ. Aber es sollte schon zu lesen sein für die BesucherInnen des Festivals. Dieses Jahr ist ja die Illustratorin Anke Feuchtenberger im Fokus. Für alle, die die Künstlerin jetzt noch nicht kennen, könnt ihr sie einmal vorstellen? Zumindest war sie auch mal meine Professorin. Meine auch. Okay. Aber das würde jetzt zu kurz greifen. Also Anke Feuchtenberger ist auf jeden Fall eine der wichtigsten ComiczeichnerInnen in der deutschen Independent Szene. Ich weiß gar nicht, ob sie sich selber unbedingt als Comiczeichnerin bezeichnet. Eher Illustratorin vielleicht? Oder als was würde sie sich bezeichnen? Anke sagt immer, dass sie grafische Erzählungen macht. Und ich finde das ganz gut. Und auf jeden Fall ist sie sehr, sie unterrichtet eben in Hamburg an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und hat da aber eine Professur sowohl im Kunst- als auch im Design-Bereich. So ein Doppelding. Und sie hat schon einige Graphic Novels veröffentlicht. Aber jetzt kommt eben ihr großes, lang erwartetes Werk raus, an dem sie, glaube ich, über zehn Jahre gearbeitet hat. Und wo es schon immer mal wieder hieß, jetzt ist es fertig und dann doch noch nicht. Und jetzt ist der große Moment gekommen. Hast du den Namen vorliegen von dem Werk? Genau, das Werk heißt Genossin Kuckuck. Und das erscheint bei, ich glaube der Untertitel ist Ein deutsches Tier im deutschen Wald. Und das erscheint bei Reprodukt, Berliner Verlag. Warum habt ihr euch für sie entschieden, dass sie im Fokus steht dieses Jahr beim Comic-Festival? Also ich denke schon, dass sie ein Hauptgrund ist, warum in Hamburg so viel Comic-mäßig passiert. Weil sie eben hier unterrichtet und viele auch junge, aufstrebende Comic-ZeichnerInnen hier hinkommen, um bei ihr zu studieren. Deswegen ist das außer Frage, dass wir jetzt dieses lang erwartete Werk natürlich auf dem Festival zeigen wollen. Ja und ich würde sagen, sie hat auch immer schon das Festival unterstützt. Also durch die Arbeit an der Hochschule hier an der HAW in Hamburg. Aber auch schon weit bevor es unser Festival gab, war sie da total aktiv. Und bei den vorherigen Festivals, die es in Hamburg gab, war sie auch schon dabei. Also das ist ja irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen eine Legende, aber eigentlich schon. Ist quasi nicht aus der Luft gegriffen, dass sie dieses Jahr geehrt wird quasi. Auf gar keinen Fall. Und wer sie noch nicht kennt, sollte sie unbedingt in diesem Jahr kennenlernen. Und natürlich, was noch ein weiterer Grund ist, also ich zum Beispiel persönlich finde die Arbeit noch ganz toll. Ich bin auch einfach Fan, deswegen. Ich habe gelesen, der Einzelne ist frei für das Festival. Wie finanziert ihr euch denn dann? Ja, so lustig, dass du das sagst, weil das war jetzt gerade noch mein nächster Gedanke, zu was das Oberthema für die Kuration war. Also eigentlich war ein Vorhaben in diesem Jahr das Festival so ein bisschen zu verkleinern. Oder, weil wie gesagt, es hat sehr klein angefangen, ist dann ziemlich groß gewachsen schon. Und während das Festival aber wuchs, hat sich auch so ein bisschen das Standing von Comics und Graphic Novels so in Deutschland verändert, verbessert. Was eben auch bedeutet, dass wir die Konditionen für die Künstlerinnen, die wir einladen, gerne verbessern würden. Das Festival wird ja ehrenamtlich organisiert und es finanziert sich durch Förderungen. Und genau, da war eigentlich so dieses Jahr unser Vorhaben, so ein bisschen weniger Ausstellungen zu machen, damit wir mehr Geld für die einzelnen Ausstellungen zur Verfügung haben. Also im Grunde kann man sagen, wir bekommen sehr viel Förderung, nicht nur aus Hamburg. Auch wenn wir Leute aus dem Ausland da haben, dann können die oft Förderung beantragen, was uns natürlich zugute kommt, weil dann Flüge bezahlt werden und so weiter. Also wir sind da eigentlich fast komplett drauf angewiesen. Das Einzige, was wir haben auf dem Festival, was im weitesten Sinne Geld kostet, ist, wenn wir Workshops machen und die Teilnehmer dann einen Beitrag zahlen. Der wiederum geht aber direkt eigentlich an die Leute, die den Workshop leiten. Und teilweise auch in Material. Und teilweise Materialkosten. Und tatsächlich, was wirklich Eintritt kostet, ist ganz einfach nur unsere Party, die wir machen. Und das hat dann auch mit dem Club zu tun und so. Aber eigentlich ist alles frei, damit möglichst viele Leute sich alle Ausstellungen und alle Programmpunkte anschauen können. Mögt ihr einmal verraten, wo in Hamburg wir die Ausstellung sehen können? Also die Ausstellungen sind so in Hamburg-Mitte verteilt. Vor allem in der Neustadt, rund um das Gängeviertel, im Karoviertel und auf St. Pauli. Da rund um das Kölibri am Hein-Köllisch-Platz. Genau, das sind so die Hauptankerpunkte. Und zwischen diesen drei Orten verteilen sich die Ausstellungen. Man kann alles fußläufig erreichen. Das ist auch ziemlich wichtig. Da kann man sich einfach einen schönen Comicspaziergang vornehmen. Das bieten wir tatsächlich sogar an, einen geführten Comicspaziergang, der dann durch die einzelnen Ausstellungen geht. Von St. Pauli aus bis zum Gängeviertel irgendwie. Und dann kann man sich möglichst viel angucken. Es gibt ja auch kleinere Ausstellungen, die nur in Schaufenstern hängen, wo man gar nicht in eine Galerie dafür muss. Aber dann kann man so, wenn man gar nicht genau weiß, wo laufe ich jetzt lang, was möchte ich machen, dann kann man diese Spaziergänge mitmachen. Die sind wie gesagt geführt. Ich glaube, es gibt vier Stück dieses Jahr. Vier Runden. Und das ist aber eben besonders, also alle Informationen finden sich natürlich auch auf unserer Website und im Programm her, wenn man zum Beispiel zu einem Spaziergang gehen möchte. Aber besonders schön ist, dass das dann meistens auch so abgesprochen ist, dass dann einige von den KünstlerInnen auch vor Ort sind. Also da kann man noch so ein bisschen näher in Kontakt kommen. Und es endet auch häufig dann bei einer Lesung oder eben einem anderen Programmpunkt, der auch empfehlenswert ist. Also wenn man jetzt noch so ein bisschen Berührungsängste hat mit dem Thema Comic, kann ich auf jeden Fall diese Spaziergänge empfehlen. Die sind sehr niedrigschwellig zugänglich und liebevoll gestaltet. Ja, man muss auch gar nichts machen. Man läuft einfach mit, hört sich ein bisschen an, guckt ein bisschen zu. Man kann ja auch einfach dann, wenn man keine Lust mehr hat, sich in ein Café setzen und das war's oder so. Aber das passiert nicht. Genau, ist eigentlich immer eine schöne Sache. Genau, wir haben jetzt ja gerade schon über Lesungen und Workshops gesprochen. Auf welche KünstlerInnen können wir uns denn da besonders freuen? Also es beginnt jetzt in diesem Jahr anders als sonst. Erstmal am Freitag mit einem großen Symposium zu Ehren von Anke Feuchtenberger. Da gibt es einmal sehr viele Veranstaltungen. Die würde ich jetzt nochmal außen vor lassen. Beim Festival selbst, also weiß ich jetzt gar nicht, wen ich da am interessantesten finde. Nando von Arp, der schon mal bei uns war, kommt mit seinem zweiten Buch Fürchten lernen, das ist ein Schweizer Comiczeichner. Liest daraus Lea Murawieck, die in Frankreich gerade alle möglichen Preise mit ihrem Debüt Die große Lehre gewonnen hat, kommt und liest sogar auf Deutsch, weil sie in der Schule Deutsch hatte. Bin ich sehr gespannt. Da ist bei der Edition Moderne eben das Buch erschienen. Dann habe ich eine Ausstellung kuratiert zum Thema Bitte übersetzen. Das sind vier Comicpositionen aus dem europäischen Ausland, die bislang noch nicht auf Deutsch existieren Und quasi so einen Anlass geben sollen, diese Arbeiten doch auf Deutsch zu veröffentlichen. Da kommen Leopold Prudan aus Frankreich, Teresa Siglova aus Tschechien, Zane Zlemesa aus Riga und Conchita Herrero aus Barcelona und sprechen da so ein bisschen über ihre Arbeit. Und wen haben wir noch? Dann haben wir immer, eigentlich das ist schon Comicfestival Tradition, eine Rotopool-Lesung. Da kann man sich in diesem Jahr auf Nadine Redlich freuen, die wirklich sehr lustig ist. Thomas Wellmann, Guillaume Perot kommt wieder. Genau, dazu kann man sagen, Rotopool ist ein Verlag auf Ostdeutschland und die packt immer sich ganz viele Leute ein und dann fahren die nach Hamburg und dann organisieren die eine Lesung mit allen Leuten, die gerade da eine Veröffentlichung haben. Das ist immer sehr witzig auf jeden Fall. Also ein sehr abwechslungsreiches Programm auf jeden Fall und sehr international, wie ich jetzt höre. Wir haben ja auch über Lesungen gesprochen. Da wäre meine Frage, zum Comic gehört ja auch die Bildebene. Gibt es da eine Projektion bei so einer Lesung oder wird da wirklich nur vorgelesen? Ja, natürlich gibt es da eine Bildebene. Comics zeichnen sich ja schon eben dadurch aus, dass man so Bild und Text gleichberechtigt behandelt. Deswegen muss man das natürlich auch bei einer Lesung so umsetzen. Also wenn noch nie bei einer Comic-Lesung war, ich kann das wärmstens empfehlen. Es gibt sehr unterschiedliche Ausführungen davon. Manche KünstlerInnen bringen ein großes Audio-Effekt-Setup mit. Andere lesen einfach nur vor. Aber in jedem Fall ist es immer sehr charmant und auch irgendwie ein spannender Einblick in die Beziehung der Zeichnerin zu ihren Charakteren, finde ich. Oft, wenn man so merkt, wie sie so anfangen, die Stimmen zu verstellen. Also ich habe es noch nie bereut, bei einer Comic-Lesung gewesen zu sein. Ein sehr kurzweiliges Vergnügen. Ja, absolut. Total. Also wie du schon gesagt hast, Mia, es gibt halt Leute, die sich das richtig aufwendig machen. Und dann werden die Sprechblasen aus den Bildern gelöscht, sodass man die Texte erst bekommt, wenn die Person das vorgelesen hat. Und es gibt auch Leute, die dann noch Live-Musik dazu machen und so ganz unterschiedlich. Jetzt ist es ja an einem Wochenende, da wollen vielleicht auch einige mit ihren Kindern was machen. Gibt es denn auch ein Kinderprogramm beim Comic-Festival dieses Jahr? Ja, das gibt es. Und zwar kommen da Thomas Wellmann, den man vielleicht schon kennt, wenn man Kinder hat. Das ist in keinem Fall sein erstes Buch. Nika Lotte Mangold ist eine Reihe. Da ist jetzt ein neuer Band rausgekommen, eben auch bei Rotopol. Immer was los. Der kommt. Es gibt eine Ausstellung, aber auch Workshops. Und Mirko Röper, ein Hamburger Illustrator, der ganz viel Wimmelbilder zeichnet. Da gibt es eben auch eine Ausstellung mit diesen Wimmelbildern. Und ich glaube, die machen den Workshop auch zusammen, oder? Genau, die machen einen Workshop und dann gibt es noch Live-Zeichnen und Live-Rätseln, was dann auch einfach in der Ausstellung stattfindet, wo die Kinder einfach dazukommen können und mitmachen. Also ganz interaktives Programm auch für die Kinder. Ja, sehr schön. Jetzt kommen wir zum Ende des Gesprächs. Gibt es noch was, was ihr sagen möchtet, was ich euch jetzt nicht gefragt habe? Also ich möchte noch was hinzufügen zu dem, als wir gerade über Lesungen und so gesprochen haben. Weil einerseits, ich habe viele meiner Lesungshighlights genannt. Es ist aber so, dass es nicht nur Lesungen gibt, sondern es gibt eben auch, also ein anderes Anliegen des Comicfestivals ist auch so den Comics so ein bisschen mehr zu kontextualisieren. Da gibt es zum Beispiel, kann ich am Sonntag um 11 Uhr empfehlen, auch ein Gespräch mit Angelika Königseder und Ole Frahm zum Thema die Sprache des Comics und die Tradition antisemitischer Bilder. Also es gibt eben auch, es lohnt sich wirklich, wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, ist es nur verwirrend, aber es lohnt sich, einen Blick in das Programmheft oder auf unsere Website zu werfen. Man ist überrascht, was Comic alles kann. Das waren Mia Oberländer und Heiner Fischer zum Comicfestival, was nächste Woche stattfindet. Vielen Dank, dass ihr beide heute da wart. Danke dir für die Einladung. Dankeschön. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Montag bis Freitag, immer um 17 Uhr. Morgen geht es hier um das Reeperbahn-Festival, das derzeit bei uns in Hamburg stattfindet. Mein Kollege Marco Steen spricht mit dem Leiter des hiesigen Festivals, Alexander Schulz. Morgen in der nächsten Ausgabe von Hamburg aktuell. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und für Kritik, Fragen und Vorschläge könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten-at-hamburg-2.de. Ich bin Karl Schreiber, bis dann. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.